hallo und herzlich willkommen zum 24 mal von benefit 4 multiplayer mit johannes hallo operation spinnt eroberung immer noch am ersten release tag und zur dritte folge die wir heute spielen am release tag während wir gestern 20 gespielt haben das ist echt krass sag's gerne am release tag ne ja weil es einfach krass ist die denken ich spiele einen tag bevor es wieder online kommt und dabei kommt das erst in einem monat raus von unserer sicht aus junge 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 zum glück ist wieder praktikum da kann ich auch tagsüber hochladen auswählen hochladen nicht so rumgefallen ich hab das problem sich immer lange warten muss im ladewirtschaften jetzt geht's hallo das ist hardcore kann es sein das weiß ich nicht spielaufklären und irgendwie haben oh ich bin russer ich habe alle punkte ich habe keine punkte ich glaube das ist hardcore ich glaube ich habe gerade einen verbündeten abgeknallt ich bin mir aber nicht 100% sicher das wird schon ein kühl recht gut dann war das Prozent doch gegner ist draußen in die Schnee da und dort so kann schnell sein weil sie nicht schlecht ist das Leben duchen ich komme ich einmal raus zum Teufel ja komm mal raus ich bin auch raus ja ich weiß nicht wie ich rauskomme soll ich bin ganz hinten bei mir am spawnen soll irgendwo eine Tür nach draußen gehen oder nicht ach ich darf erstmal den Gang lang hmmm alter ich sehe nix Schneesturm ey hmmm mal ding ding dong im innere man sieht draußen nichts mit der Sniper wegen dem scheiß Schneesturm ich glaube das ist mit Absicht damit sich alle hier in der drinnen verkriechen mein Teambekanal wurde gerade abgeknallt ey ich habe gerade zwei mit der Sniper weggefickt ey du Ficker du das ist kein Hardcore man braucht zu lange für den Gegner killen ich habe gerade erst mal richtig aufgeräumt ey blä 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 hast du dein Zimmer aufgeräumt oder was? ne ich habe gerade erst mal fünf Typen weggefickt Hammergeil Respekt hab ich auch noch nicht geschafft mein höchstes war drei ja mit der Sniper das ist so ne so ne vollautomatische ne 8D was im One-Hit macht ne das ist der Homo na sitzen sie da oben boah boah fuck jetzt mich tot Sauerbraten hat mich gekillt mhm das ist mein Team ich weiß ich weiß hab ich mir schon fast gedacht aber auch nur fast mhm du hast gerade gestorben ja ich weiß das war's dann auch wieder hehehe ich bin immer noch so gut darum bin ich was gut liegt aber wie geil ist das denn oh mein Sporn ist denn tot ey du könntest wechseln wenn du möchtest ne mach dich fertig na klar mach das hab ich auch so verdient hm ich konnte schon viel eher spielen als du da bist du doch Alter warum hast du mich so schnell getötet wir haben die gleiche Waffe ja bin auch tot wahrscheinlich war jemand Tosso eher zu sehen war alles andere mich widerblickt einfach keiner das war noch dabei ich möchte mit meinen Kohlefasern mal jemanden messern Swarly ich hatte nämlich mit meinem Premium pack ein geiles Messer dabei ich werde morgen Premium wahrscheinlich aktivieren mal gucken hat auch mal Zeit ja ganz ruhig ne ich will es noch nicht auspacken ist ja doch nicht immer so schüchtern schon die wo ist der wohnsaug also ich bin hier ja der andere ist abgehauen ich hab auf den geschossen ist abgehauen ne kleine Pussy ich sag mal den Leuten die so ein E angreifen wenn du schlau bist gehst du durch die Fenster oooooh ey so ein Camper ey erst haut er ab und dann sitzt er sich in der Ecke ja die sind mir liebsten da das glaub ich dir nicht die Map ändert mich sau stark an Metro ja ein bisschen ne und Metro war ne scheiß Map außer für Wasch da ging es ich fand es noch nicht ganz okay wenn man mal auch keinen Bock auf Fahrzeuge hatte da kann man auch Team Deathmatch noch stark an der hier spielen ja wenn man da Bock auf Eroberung hatte ich hab glaub ich an die 1000 Flacken in BF3 eingenommen mal gucken was ist mit BF4 so wird ich durfte jetzt schon ich durfte jetzt schon das war seit 2 Jahren zeig das jetzt mal ich will ja bis Ende des Jahres 100 Spielstunden haben plup ja ey fasste doch schon oder mehr gibste mhm ich glaub ich muss die Messer halt dann höher stellen die 500 in BF3 hab ich ja geschafft bis BF4 rauskommt ich bin bei 505 oder so ich bin bei 505 oder so boah scheiß Noob Trooper ey scheiße die Leute die neu sind hier ist das Pedalog In-Game da kann man sich seine Statistiken halt angucken seine Freunde zum Beispiel hat Johnny hat 3,5 Stunden schon gespielt ich hab 9,5 gespielt Bestenliste, Berichte und so ein Schnickschnack halt nur mal so am Rande erwähnt falls neue Zuschauer dabei sind ich bin echt mal gespannt wie viele Abonnenten ich zum erscheinendes Videos hab weil bisher hab ich ja 401 scheiße jedenmal angetragen nur eingetötet der wurde wiederbelebt der Sack ACHTUNG GRANATE ACHTUNG GRANATE Alter da waren 10 Gegner gegenüber von mir warst du das grad an dem Gitter? ja okay ich hatte keine Schnitte gegen euch ich hier war zu viele bin Level 4 mhm ich bin Level 8 alter Granatwerfer hast du mir mal dein neues Emblem angeguckt? ne wenn ihr möchtet ne wenn ich dich mehr töte kannst du jemanden gucken ja falls ich dich irgendwann töte noch hast du es nicht geschafft ne wird auch noch ein bisschen dauern ihr seid immer so auf einer Traube diese Mini-Medicates hat man irgendwie unbegrenzt oft und ganz schnell nacheinander ja aber dafür gehörst du es nach einmal weg ey manche Embleme sind echt schrecklich die sehen so hässlich aus aber manchmal hat man auch echt coole mhm einige hatten auch ein Geld drinne ich muss noch herausfinden wie das geht ich will nämlich mein Logo drinne haben hallo guck dir mein Dings an ja ganz ok ich finde der Sinn dahinter ist ganz ok verstehe nicht aber 110% gebe ich immer ich bin ein toller Scharfschütze und äh ja das ist der Deutschland-Adler mit dem Karabiner der ist einfach nur cool ach da war ein Dreck Dreck ich ne mhm mhm la 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 wir haben doch echt nichts zu tun ja sieht man ja boah Junge ach das Spiel bockt so richtig Leute falls euch das nicht gekauft habt ich gebe ne Kaufempfehlung falls ihr es nicht gekauft habt schämt euch ach und der Beschreibung ist übrigens ein Kauflink für äh Battlefield 4 und Premium ziemlich preisgünstig bei meinem UGA meinem Partner und Sponsor Werbung Ende Werbung Ende Ratten Gesicht nice ey die können um die Ecke gucken das habe ich vorhin auch gemacht aber ich weiß nicht wie das geht äh du musst dich einfach nur an eine Ecke stellen und dann mit rechts klick zielen oh dann lehnt er sich von automatisch alleine jetzt war ich doch wie ich vorhin hingeschriegt habe ich habe mich gefragt wie ich das geht Achtung! Einsatz gegen Echo das ist nicht so schwer jetzt wo du sagst nicht das ist nicht so schwer jetzt wo du sagst nicht 18 von 10 sterne 18 von 10 sterne 18 von 10 sterne ja mei ach die 2 sterne die ich nicht gegeben habe sind übrigens die Camper aber dafür kann das spiel ja nicht deswegen kriegt es aus dem 8 plus punkte zu den vollständigen punkten das wäre eine 5 fache 1 oder so voll gleiche Bewertung wenn ich Spielredakteur werde na dann gute Nacht Alter ich mache voll viele Punkte pro Runde der hat ein cooles Emblem der Typ sieht ein bisschen aus wie die toten Hosen äh äh fuck haja se haja galt tai wo bist denn du? welcher Punkt? Sauberpraten ne ich bin bei E aber ich gehe hier weg bei den haben wir schon E wie Eduard so ne da kann ich gar nicht hinkommen das ist am spawnen von mir ich bin aber auf dem Weg zu D ja da bin ich auch geil da sind alle von uns also ja und alle von uns geil ich gehe immer draußen lang also wenn du draußen jemanden siehst dann ist es sehr wahrscheinlich dass ich es bin ich bin nicht so schafft dich zu töten äh darauf dich zu töten ich habe darauf dich ich hatte gerade einen Grafikpack das war alles dunkel und dann war alles hell Boah Junge hier läuft aber auch alle draußen rum hä ne nicht alle na vier Typen sind mir gerade daraus entgegenkommen hier gibt es auch keine Fahrzeuge auf der Map ne? soll ich weiß nicht wär auch irgendwie dumm dass so ein Team definitiv erhoben ist Map hohoho auch scheiße na nochmal Zeit zum trinken ich würde eigentlich mal die Beretta M9 einpacken ich würde die schon aufsetzen? ne ne oh ja hier bei der Stabilität ist bei der AK12 bei mir fast ganz oben die Stabilität ist bei der AK12 bei mir fast ganz oben die kann der Weg erstmal die Waffe modifiziert he 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 oh wie schön die jetzt aussieht ein Ogenschmaus oh Granate weg fuck ratenbesicht ey so eine Nasenfratze 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 aah ich hab wirklich keine Granate mehr geworfen direkt auch mal einen erwischen mit der Granate dazu O17 zu 12 du hast ne positive KD ich ne negative hä? du hast ne positive KD ich weiß ich nicht wir gewinnen auch wie kein Granaten kill leck me fair du bist grad durch die Sensoren gelatscht ich weiß ich könnte eigentlich bei dir äh ich könnte eigentlich so laut machen da ich alles bei dir höre da ich immer weiß wo du bist und dich dann wegsnipe ja bringt dir aber nicht viel außer jetzt die Sensoren scheiße scheiße nein wenn ich bei dir übersetzt höre ich weiß aber wenn ich jetzt schieße aber überzulösen wo ich dann bin ne aber ich höre doch wo du gelöst boah sind die Blatt boah wenn Dummheit töten könnte dann wär den dann wär Dummheiten multi töten äh multi kill große weiter auslösen junge 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 mit im Dorf doch auch nicht ein und zielte Hälter Die Web macht verloren Hammergeil verloren Yeah gewonnen Sie sich und sich bezieht Gewerksperte sind 9.000 Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.